hier live on stage, gerade aus der Schweiz, an all diese Leute aus Deutschland, aus Italien, aus Luxemburg, aus Deutschland und selbstverständlich aus der Schweiz etc. Und ich glaube, es macht richtig Spass, hier heute dabei zu sein. Tonqualität ist immer noch gut. Hallo Eberhardt, Roland, Wolfgang. Ja, super, das ist wirklich gut. Angelika ist dabei, grüsse dich ganz, ganz lieb. Patrick Rocker, grüsse dich ganz, ganz lieb. Und ich glaube, wir gehen einfach mal die Slides wirklich mal durch und erleben das Ganze ein bisschen, damit sie ein Gefühl kriegen, was hier gerade wirklich abgeht, was hier Sache ist. Und ich mache am besten auf Grossbildschirm, wenn das Ihnen recht ist, und werde das selbstverständlich dann wieder zurücknehmen, damit sie auch den Chat wieder sehen, damit sie auch sehen, wie viele Leute das jetzt gerade sich fortlaufend noch einwählen hier bei uns. Und ich glaube, es ist halt einfach die dynamischste und die verrückteste Organisation zum einen. Und vor allem auch, es ist wirklich ein Unternehmen, was gerade einfach so international Furoren macht, dass wirklich kein Weg vorbeigeht. Und das muss man wirklich mal sagen, alles im Leben braucht seine Zeit. Und es ist dann die Frage, wann steige ich in so ein Unternehmen ein? Wann entscheide ich mich wirklich aus den klassischen Komfortzonen, mich einfach mal für etwas total anderes zu entscheiden? Und ich glaube, da sind sie wirklich bei Duble einfach definitiv am richtigen Ort, weil sie diesen Hype, diese Situation, die international gerade da draussen gefahren wird, jetzt erleben dürfen. Und das darf ich Ihnen wirklich mal an der Stelle wirklich sagen. Das ist nicht einfach nur Glück, sondern das ist einfach, ja, schon einfach ein Wunder schon, dass sie da wirklich zum richtigen Zeitpunkt diese Information auch abhören. So, wer darf heute zu Ihnen sprechen? Mein Name zurzeit Stefan Ostädler. Ich werde dann weitere Gäste reinnehmen, zum Beispiel auch der Christian Juvet, der dann die Übersetzungen macht, direkt nach Amerika. Und ja, ich darf Ihnen heute ein Unternehmen zeigen, wo mir damals 2014 klar wurde, dass dieses Unternehmen das grösste Unternehmen wird in Zukunft, wenn es heisst E-Commerce, wenn es heisst Network Marketing, wenn es heisst globales MLM, international. Und wenn Sie die Geschichte ein bisschen klarer sehen und verstehen, ich war drei Jahre vorher in Dubai, habe mir das Unternehmen angeschaut, war total nicht warm. Das habe ich einfach nicht verstanden damals, weil ich gesagt habe, kann ich mir nicht vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, dass so viele Leute online ihre Reisen buchen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Riesenmarkt ist. Und ja, ich brauchte drei Jahre. Und im Januar 2014 habe auch ich verstanden als Schweizer, dass dieser Markt ja längst da ist und dass dieser Markt gerade aufgeteilt wird. Und ja, dann haben wir uns fast ein Jahr damit ernsthaft beschäftigt. Und seit Dubai, letzten September, würde ich mal behaupten, hat es dann da draussen fast jeder verstanden, dass dieses Unternehmen, da gibt es zwei Möglichkeiten. Man steigt nicht ein und geht einfach in den Murmelschlaf und macht gar kein Network Marketing. Oder man steigt ein und hat wirklich ein Diamant in der Hand und kann damit Großes bewegen in Zukunft. Ja, das so von meiner Seite. Gelernter Augenoptiker seit 24 Jahren in dieser Industrie. Lebe gerade den zweiten Frühling aus einem klaren Grund, weil dieses Unternehmen bringt mir im Grunde Dinge tagtäglich mehr, als was ich erwartet habe damals beim Start. Ich darf Ihnen heute auch das Unternehmen, einfach mal das Unternehmensprofil zeigen. Ich darf Ihnen ein bisschen auch zeigen, die Vorteile, wo ein Kunde hat mit Dubli. Ich darf Ihnen heute zeigen auch den Charity-Möglichkeiten, also sprich die Partnerprogramme. Und vor allem darf ich Ihnen heute zeigen, diese enorme Chance, die hinter diesem Unternehmen steht, das hier gerade wirklich international aufgebaut ist. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, meine Damen und Herren. Egal, wer Ihnen diesen Link gegeben hat. Anschließend nach diesem Webinar haben Sie in meinen Augen zwei Möglichkeiten. Sie gehen wirklich in den Winterschlaf rein oder Sie rufen der Person an, die Ihnen diesen Link gegeben hat, weil das Timing, und das werden Sie im Laufe dieser Präsentation spüren, ist ganz, ganz matschentscheidend. Wann steige ich in das Unternehmen? Wann positioniere ich mich? Wo positioniere ich mich? Wie spreche ich mich mit der Person ab, die mir diesen Link gegeben hat? Weil Dubli hat wirklich für jeden da draussen, das ist eben mal etwas ganz, ganz Schönes zu sagen, egal von wo Sie kommen, Sie haben bei Dubli wirklich eine Lösung. Das möchte ich Ihnen wirklich an dieser Stelle ans Herzen legen, dass Sie verstehen, egal in welchem Bereich Sie sich heute tätig sein möchten, im Network Marketing, Dubli hat hier eine Lösung. Und das merken Sie im Laufe der Präsentation. Sie kriegen von Anfang an bei Dubli auch schon zwei Business-Modelle. Nämlich auf der linken Seite das totale Kunden-Business, auf der rechten Seite das totale Franchising-Business. Das heißt, diese Möglichkeit wirklich in anderen Ländern zu expandieren, Business-Geschäftspartner aufzubauen, Partnerprogramme zu lancieren, zu positionieren. All diese Sachen sind bei Dubli glasklar geteilt. Und das finde ich eben an der Stelle wirklich zu erwähnen und zu unterstreichen, dass das ganz, ganz, ganz unik ist. Das heißt, eine wichtige Vorausgabe ist, dass Sie hier schon von Anfang an entscheiden können, entweder mache ich beides oder ich mache den Kundenbereich oder ich möchte gerne den Vertriebsbereich machen. Und das ist wirklich einzigartig und macht richtig, richtig Spass, weil Sie eben diese zwei Möglichkeiten ab Start gerade bekommen. Ja, wir sind im ganz klaren Basic-Marketing-Bereich zu Hause. Das heißt, dort, wo Transaktionen stattfinden, dort, wo etwas bewegt wird, wo mit der Karte irgendein Umsatz gemacht wird und das gerade jetzt noch später, dort, wo in den Geschäften eingekauft wird, dort verdienen wir überall an diesen Commission, überall an diesen Transaktionen mit. Und ich meine, ich muss Ihnen wirklich eines sagen, die Branche hat schon seit 10, 20 Jahren immer wieder davon gesprochen, wie könnten wir ein Vertriebsmodell, ein Business aufbauen, dass wir dort Geld verdienen, wo die Kunden eh Geld ausgeben. Und das gab es bis vor kurzem einfach in der Form nicht. Oder anders gesagt, es wurde nicht verstanden. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Ausgangslage, weil die klassischen Vertriebe da draussen, die arbeiten immer noch mit einem Produkt, wo sie sich dann einreden, dass dieses Produkt jeder Mensch braucht. Oder man sagt zum Beispiel in der Wellness-Industrie oder in der Kosmetik-Industrie, das sei die grösste Industrie. Das ist nicht ganz so, weil diese Industrien haben wir bei Dubli auch schon inkludiert, aber wir haben jede Industrie bei uns inkludiert. Das heisst, alles ist bei uns unter einem Dach. Und jedes Mal, wenn eine Transaktion passiert, aktuell im Online-Sektor, verdienen und partizipieren wir an diesen Umsätzen mit. Und ich meine, das ist schon mal sexy. Also von dieser Seite her. Und das zeige ich Ihnen auch, wie einfach das ist. Was Sie aber verstehen sollten, ist auch diese Geschwindigkeit. Wo bewegt sich Dubli? In welchem Bereich ist Dubli drin? Dubli ist in einem Bereich drin, wo in meinen Augen fast schon in Lichtgeschwindigkeit die Vertriebe aufgebaut werden. Ich sehe das gerade in Europa, was hier für Leaders zu uns stoßen und sagen, hey, ich habe verstanden. Ich habe eine Organisation von 6.000, 7.000 Leuten gehabt. Ich glaube, diese Leute wird das in Zukunft interessieren. 50 Millionen Nutzer, in wie vielen Jahren hat das zum Beispiel im Radio- oder im Fernsehbereich benötigt, um 50 Millionen Nutzer aufzubauen? Ich meine, alleine das Schwarz-Weiss-Fernseher brauchte 13 Jahre. Das World Wide Web brauchte gerade nur noch 4 Jahre. Und Facebook brauchte ein Jahr für 200 Millionen Nutzer. Einfach damit sie ein Gefühl kriegen, dieses Viralen oder vor allem auch für diese Geschwindigkeit. Und das sehe ich ja gerade auch im Vertrieb. Ich meine, wenn Sie heute diese Präsentation anschauen und Sie steigen heute ein, dann kann es gut sein, dass Sie morgen schon 10, 20 Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner in Ihrem Team haben. Und das zeige ich Ihnen im Laufe der Präsentation, wie das überhaupt funktioniert. Fakt ist, das Internet hat das Leben definitiv von vielen, vielen Menschen weltweit, global verändert. Die ein oder anderen machen Shopping, die ein oder anderen machen seine Organisationen über das Internet, die ein oder anderen machen ihre Informationen darüber. Das heisst, sie googeln nach und informieren sich. Die ein oder anderen benötigen es zum Beispiel auch für den Bereich der Kommunikation, Entertainment. Travel ist ein sehr starker Bereich. Und ich meine, wenn ich Sie jetzt fragen würde, reisen Sie? Haben Sie schon mal eine Reise gebucht online? Und ich glaube, spätestens nach diesem Webinar werden Sie sagen, oh, wenn ich in Zukunft eine Reise buche, dann ganz sicher über Dubli bei meinem Lieblingspartner. Und das zeige ich Ihnen dann im Laufe der Präsentation noch ein bisschen. Fakt ist, das Internet wird von den meisten Leuten verwendet. Das ist einfach eine Tatsache. Und wenn man natürlich an diesem Rechner, wenn man am Smartphone, wenn man am Tablet, egal was man verwendet, in Zukunft sein Einkommen generieren kann, ich glaube, das wäre für viele da draußen, für tausende Millionen von Menschen, im Grunde ginge, ja, nicht nur ein Glück, sondern wirklich der Schlüssel zum Erfolg. Und genau das zeige ich Ihnen heute. Das ist das, was mein Leben richtig, und das sage ich jetzt mal, das Wort dramatisch verändert hat, weil zum einen habe ich es nicht ganz geglaubt, dass es so ist, dass diese Geschwindigkeit so drin ist. Und auf der anderen Seite habe ich auch gesehen, wie einfach es mir diese ganze Vertriebsart, auch das, was wir jetzt gerade machen, ist ja online. Wir kommunizieren gemeinsam online, wir informieren einander und können uns so organisieren, weltweit, ob das in Indien ist, ob das in der Türkei ist, egal wo, ob das in Spanien ist, in Lichtenstein, in Österreich, wir kommunizieren gerade, wir strukturieren, und das ist Arbeit, und in dieser Form werden wir honoriert. Und das zeige ich Ihnen dann in dieser Präsentation. Scan and Shop, meine Damen und Herren, das haben wir zum Beispiel auch in der Schweiz, also zum Beispiel beim Post, bei der Schweizer Post, kann man mit dem Smartphone seine Ware einkaufen. Das heisst, man kann es abschliessen, man kann es bestellen und kriegt ganz einfach die Ware nach Hause geschickt. In Korea, in Indien, etc. Ist das ein riesen Boom. Und wenn Sie vielleicht dabei waren, vor kurzem, wo Michael Hansen in der Schweiz war, dann haben Sie ganz klar gehört, dass wir auf das Event in Dubai im September, da komme ich dann noch dazu, werden wir eine Weltneuheit bringen, die wirklich die ganze Industrie definitiv um 180 Grad verändert, weil es gibt nachher keinen Grund mehr, wenn man im Vertrieb stark werden will, wenn man im Vertrieb Geld verdienen will, über diesen Weg, über Dubli Network zu gehen, und weil das halt einfach zeitgemäß ist. Und der Kunde liebt es. Zum einen natürlich, weil das Angebot total transparent ist. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass der Kunde in der Regel auf seinen Suchportalen wie Google zum Beispiel seine Produkte anschaut, vergleicht, etc. Wenn er dann auf diesen Preis nochmal 10-15% kriegt, weil er ein Dubli-Kunde ist, dann ist es wirklich eine Win-Win-Situation, weil der Kunde definitiv nicht zu viel bezahlt hat und ein sogenanntes Einkaufserlebnis wirklich mit Dubli, man nennt es bei uns auch Fun-Shopping erleben durfte. Und dementsprechend ein zufriedener Kunde heißt immer Geld verdienen, weil dann wird es dupliziert, Kunde empfiehlt Kunde. Das ist natürlich ein Schlagwort, was sich hier bei Dubli wirklich auf dem weltweit grössten Marktplatz gerade wirklich tagtäglich ausbreitet, weil der Zuwachs an Neukunden, der Zuwachs an Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern international generiert zurzeit aktuell in diesem Segment keine andere Firma wie Dubli in dieser Geschwindigkeit. Das muss man wirklich mal sehen. Ich weiss nicht, ob Sie vielleicht auch die Zahlen gesehen haben bei Dubli Network und bei Dubli Minusink.com Ich meine, wir sind absolut fungiert, stabil, top-seriöses Unternehmen, weil einfach diese Idee ist jetzt reif. Ich meine, dieses Unternehmen, das zeige ich Ihnen dann, ist ja nicht gerade ein Start-up-Unternehmen, aber diese Idee brauchte seine Zeit, um im richtigen Moment dann eben um fünf, sechs Jahre voraus zu sein. Sie finden heute weltweit kein Unternehmen, was diese grossen Cashbacks an Endkunden bringt, zum einen. Sie sehen in der Technologie, was im Hintergrund gearbeitet wird, in der Qualität und in der Art zeitgemäss, was jetzt gerade wieder neu kommt, dazu kommt, was auch sensationell funktionieren wird, wo der Kunde einfach happy ist, finden Sie kein ebenbürtiges, nur ansatzweise andenkendes Unternehmen. Also das heisst, wenn heute jemand mit der Idee starten würde, dann wäre er mindestens sechs, sieben bis zehn Jahre beschäftigt, um nur überhaupt auf das Dubli-Level zu kommen. Das ist das Gleiche, wie wenn Sie heute sagen, ich will ein Google bauen, ich will eine Google-Firma sein, dann brauchen Sie wahrscheinlich 20 Jahre, um überhaupt auf den Standard zu kommen und dann ist natürlich Google schon wieder 20 Jahre voraus. Also das heisst, Sie werden immer die Nummer zwei spielen und bei Dubli ist es eben so, wir spielen heute schon die weltweit internationale Nummer eins im Bereich Cashback und das hat sich ja auch mit den Auszeichnungen, mit allem, was wir da draussen sehen, wirklich bewahrheitet. Ich gebe Ihnen hier ein Beispiel bei ricardo.ch, das ist so eine Plattform, wo die Schweizerinnen und Schweizer kennen, da gibt es auch Zahlen und Fakten dazu, was mich fasziniert hat damals, gerade vor wenigen Wochen wurde ja das Unternehmen gekauft, von der Tamedia, das ist die grösste Medienfirma in der Schweiz, da gehören einige Printmedien dazu, Fernsehstationen und, 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 und. Und was ich damals gesehen habe, ist bei ricardo, und wir haben ja in der Schweiz acht Millionen Menschen, die registriert sind, und bei ricardo waren es gut zwei Millionen Kunden, glaube ich, 2,5 Millionen Kunden, und dieses Unternehmen wurde gekauft, von der Tamedia, für 240 Millionen Schweizer Franken. Und ich möchte Sie einfach mal darauf aufmerksam machen, gehen Sie mal bei den Zahlen, schauen, wie viele Enduser und Endkunden international Dubli heute schon hat, das heisst, wir sind heute schon ein tausendfaches an Wert, wenn man das mal global genauer anschaut, was wir an Kundenpotenzial haben, zum einen, und was wir heute schon aktuell an Kunden bei Dubli haben. Das Zauberwort heisst Cashback, das ist das, wo die Leute wirklich draufspringen, wo sagen, hey, ich bin müde von irgendwelchen Punktesystemen, ich bin müde von irgendwelchen Cumulus-Systemen, in Deutschland kennt man zum Beispiel Payback, funktioniert sensationell, was ich gehört habe, und genau dieses Cashback, dieses globale Cashback, überall einzukaufen, Geld zurückzukriegen, um dieses Geld dann auch zu verwenden für den nächsten Einkauf, richtig gutes Geld einzusparen, das ist die Zukunft in der Industrie, es ist aber auch die Zukunft, wirklich regional, wie auch international, für Menschen, die wirklich sagen, ich möchte gerne entweder finanziell unabhängig sein, oder ein zweites Standbein aufbauen. Wenn man ein bisschen die Wachstumszahlen vom E-Commerce anschaut, dann stellt man sehr schnell fest, dass dieser Wachstum wirklich gigantisch ist, und vor allem, der durchschnittliche Wachstum ist roundabout 44%, und das ist wirklich interessant, dass man das einfach mal wahrnimmt und sagt, hey, Moment mal, da ist ein Riesenpotenzial da, ich weiss ja nicht, wo Sie jetzt gerade leben, wenn Sie in Deutschland sind, dann werden Sie wahrscheinlich mit DuBlessis alleine früher oder später 1,5 Millionen Kunden haben, wenn man das ein bisschen berechnet, 1 bis 5 Euro pro Monat für einen Kunden, ich glaube, dann hat es sich gelohnt, heute dieses Webinar anzuschauen, und einfach mal reell sich zu überlegen, was ist das für eine Firma, wo ist Ihre Chance, was haben Sie für eine Möglichkeit, dubli.com, das ist die Kundenseite, die Sie heute als Partner natürlich selbstverständlich für Sie auch bekommen, die Sie dann weitergeben können an andere Leute, und dubli.com finde ich absolut genial, warum? Zum einen, es ist simpel aufgebaut, man kann den Reisebereich drin sehen, man hat fast alle Reisebüros drin, man hat E-Bookers drin, E-Priceline drin, man hat Hotels.com drin, man hat wirklich alles drin, oder zum Beispiel den Shoppingbereich, und auch da, meine Damen und Herren, so als Tipp für Sie, und ich weiss, es kommen immer mehr Leute da rein, jetzt gerade ins Webinar, und das freut mich auch sehr, herzlich willkommen, dass Sie das hier zuhören, ich gebe Ihnen mal so einen Tipp, für diejenigen, die gerne gute Produkte zu sehr günstigen Preisen haben wollen, und da gibt es zum Beispiel in Italien einen Shop, der nennt sich Light in the Box, und ich glaube, die Damenwelt kennt den, vor allem diejenigen, die bei Dubli schon dabei sind, und Kunden sind, oder Vertriebspartner sind, und ja, Shipping ist kostenlos, dann sind es roundabout 55% schon unter dem Preis, dann noch knapp 10% Cashback, die Logistik ist absolut simpel und einfach, Sie können zum Beispiel auch auf den verschiedenen Shopping-Seiten Zalando buchen, Zalando ist aktuell nicht auf der Schweizer Seite, aber wenn Sie Zalando-Fan sind, dann gehen Sie halt über Spanien oder über Italien, alles kein Problem, also es ist alles möglich, weil ich meine, das Internet ist natürlich international, und was ich Ihnen auch zeigen möchte, ist das Cashback. Meine Damen und Herren, ich werde immer wieder gefragt, wie bezahlt Dubli den Kunden so viel Geld zurück. Ich möchte es wirklich kurz halten, Dubli hat die Verträge mit allen namhaften Shops da draussen, ob das E-Book ist, ob das Priceline ist, ob das Zalando ist, ob das Light in the Box ist, ob das Best Western Hotel ist, egal was, ob das Douglas ist, ob das Dein Deal ist, ob das Group Boy ist, also wirklich alles, was da draussen Rang und Name hat. Und in jedem Moment, wo ein Kunde bei seinem Lieblingsshop einkauft, ohne sein Einkaufsverhalten zu verändern, kriegt Dubli logischerweise dieses Cashback und kriegt eine Provision. Und diese Provision geben wir als Firma dem treuen Kunden logischerweise eins zu eins weiter und sogar noch einen Teil für unsere Vertriebspartnerin und Vertriebswagen. Simpel, einfach. Je mehr Kunden du da draussen hast, je mehr Geld verdienst du, ganz einfach. Je mehr Kunden das wissen von Dubli, je mehr Geld sparen die Kunden ein. Also es ist eine absolute Win-Win-Situation. Wir können das Geld nicht von irgendwo sonst nehmen, sondern es ist ganz klar aufgebaut. Wir haben die Verträge mit den Shop-Betreiber und dementsprechend werden wir honoriert, wenn ein Kunde auf diesen Shops einkommt. Und da kriege ich auch immer wieder sensationelle Resultate, vor allem von Kunden, die sagen, hey, jetzt habe ich gerade etwas gebucht. Ich habe mir für 200, 300 Franken Kleider gekauft, dort und dort und dort. Oder Reinhard gesagt, ich habe mir gerade eine Reise gebucht für 1500 Euro und ich habe direkt eine E-Mail bekommen, ihr Cashback wird ihnen schon verbucht. Hey, das funktioniert, das ist richtig sensationell. Meine Damen und Herren, dieses Unternehmen ist nicht seit gestern da und ich sage es einfach nochmal in aller Deutlich Wichtigkeit, dieses Unternehmen, wenn es nicht ein internationales Unternehmen wäre, dann wäre es ein Schweizer Unternehmen, weil es funktioniert wirklich wie eine Schweizer Uhr. Das muss ich wirklich mal an der Stelle erwähnt haben. Ja, das Unternehmen wurde gegründet 2003, ist Börsengelistet an der OTC auf dem Weg zur großen Nasdaq, Konzernzentrale in Fort Lauderdale, Florida. Dann haben wir ein Büro in Berlin, wie aber auch in Dubai. Es werden dieses Jahr, das haben die einen oder anderen mitbekommen, sehr viele Offices noch eröffnet in verschiedenen Regionen, auch hier in Europa. Indien bekommt noch eines, Türkei bekommt eines, etc. Italien, etc. Also wirklich sensationell, was hier gerade Dubli am zukünftigen Invest tätigt und das finde ich wirklich genial, was hier gerade aufgebaut wird. Was mich damals, und ich glaube, das fasziniert auch Sie, meine Damen und Herren, mich persönlich hat das fasziniert, der Aufsichtsrat, vor allem auch die Führungskräfte. Wer ist Dubli? Wer hat denn diese Vision hinter sich? Wer hat denn überhaupt diesen Power, ein so großer Global Player international zu stemmen? So nennt man das in dem Fachjargot. Und da muss ich Ihnen wirklich sagen, da haben wir einen Vorreiter, einen Visionär, einen begnadeten CEO Michael Hansen und den werden Sie live, alle, die hier in Europa kennenlernen, selbstverständlich am 17. Mai in Regensdorf im Hotel Möwenpik starten, wenn ich mich nicht irre, 13 Uhr und was aber hier auch wichtig ist, dass Sie sich vielleicht gerade aufschreiben www.dubli-inc.com Auch da sehen Sie wirklich alle Files. Wir sind ein Unternehmen, was total transparent unterwegs ist. Sie sehen unsere Zahlen, die Firmenzahlen, Sie sehen aber auch die weiteren Führungskräfte, wo von wo kommen die, zum Beispiel einer ist der Mitgründer von den Emirates Airlines, einer ist der Mitgründer von Microsoft, dann haben wir eine aus dem Management bei Coca-Cola und, und, und. Also wir haben hier Top-Leute wirklich eingebunden, um eben einen Global Player international aufzubauen. Das finde ich wirklich wichtig, dass Sie wissen, Sie haben hier das weltweit grösste Cashback-Portal, das Sie ganz klar wissen, die erste internationale Shopping-Mall, es gibt es weltweit nicht in der Form, zwölf lokale Shopping-Malls, das heisst so wie Deutschland, Spanien, Italien, Österreich, also eine Landes-Shopping-Mall, dann haben wir jetzt unterdessen in zwölf Sprachen weitere Folgen, ich habe gehört, Hindisch kommt dazu, und, 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 all die Sprachen kommen natürlich noch dazu, unschlagbares Reiseangebot, ich habe das mal prüfen lassen, und auch von Fachleuten, die haben ganz klar gesagt, hey, ihr seid das grösste Reisebüro in diesem Bereich, und das hat mich einfach wirklich fasziniert, und machen Sie sich selber einen Eindruck, klären Sie das, schauen Sie das mal an, wir haben sicher das grosse, kostenfreie Entertainment-Angebot, ein sehr grosses Angebot, und was mich fasziniert, ist halt einfach wirklich diese benutzerfreundliche Webseite, das heisst, wenn man auf dubli.com geht, dann weiss man Bescheid, man kann nichts falsch machen, es funktioniert, das Ganze geht easy go, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, vor allem, was wir auch haben, ist diese Cashback-Tourbar, und ich weiss, und ich möchte einfach nicht ins Detail gehen, das wird ja noch erweitert, aber die Cashback-Tourbar ist für mich heute schon eine absolute Weltneuheit, weil jedes Mal, wenn ein Kunde über Google etwas sucht, kommt automatisch Dubli und sagt, hey, hier hast du 19%, hier hast du 13%, etc., also der Kunde hat hier wirklich massive Vorteile, und ich erlaube mir Ihnen an der Stelle, ob das aus dem Tagesbedarf ist, Lebensmittel, ob das Reiseflüge sind, ob das im Bereich von Hi-Fi, Kamera, Computer, Smartphones ist, einfach ein paar Trends zu geben, und ich sage Ihnen da an der Stelle wirklich auch eines, es gibt da draußen auch wiederum keine Unternehmen, das überhaupt nur ansatzweise mit solch großen Global Player wirklich an der Stadt gehen kann, zum einen, ob das Herz ist, Abis ist, ob das Dein Deal ist, ob das C&A ist, ob das Quelle ist, ob das Galeria ist, ob das Apple ist, ich meine Apple, knapp 10% für jeden Einkauf, gehen Sie mal in einen Apple Store und sagen, hey, ich möchte 7% Rabatt, wenn ich jetzt dieses Macbook kaufe, ich glaube, der Verkäufer schaut sie an, sie werden in Zukunft mit einem Lachen rausgehen und sagen, hey, Dubli, und sie gehen über Dubli zum Apple Store und sie kriegen Geld zurück, ob das bei Blaupunkt Konrad ist, ob das bei T-Online ist, egal wo, selbst für die Menschen, die gerne noch Lotto spielen, ich sage das immer wieder, es gibt Leute, die sind im Network Marketing und verdienen ihr Geld und dann gibt es Leute, die spielen lieber Lotto, diesen Unterschied gibt es und dafür hat Dubli eine Lösung und zwar gibt es selbstverständlich sogar auf dem Lottoschein Cashback und ich meine, das gab es ja weltweit auch noch nie und in Indien habe ich gerade gehört, dass wir sogar in Indien bei den grössten Anbietern wie Amazon Cashback haben, also ich meine, oder Ebay sogar, also man muss sich das einfach mal klar vorstellen, was Dubli hier gerade anbietet. Nochmal um zu ergänzen und ich glaube auch für all diese Leute, die jetzt gerade hier dazu sind und zuhören, die Dubli Toolbar kann jeder kostenlos runterladen und wenn er die runterladet, dann hat er den Vorteil, dass er hier wirklich immer ein super geniales Angebot bekommt bei seinem Lieblingsportal, also das heisst, wenn sie nun mal Linsen einkaufen wollen bei dem und dem, jetzt zum Beispiel in diesem Fall Overstock.com, dann kommt automatisch Dubli und sagt, hey, hier hast du 19%, wenn sie zum Beispiel ein E-Booker oder ein Priceline Einkäufer sind, dann gehen sie doch einfach bei E-Bookers oder Priceline in eine Reise und buchen. Automatisch kommt Dubli und sagt, hey, hier hast du 6, 7 oder 10 oder 12%. Ich meine, dieses Geld würden sie ja gerne nehmen und das können sie in Zukunft auch, weil sie jetzt diese Information haben. Ja, dann haben wir einen Cashback-Rechner, Cashback-Beispiele, natürlich das weltweit grösste Cashback-Portal, da bin ich richtig stolz und vor allem auch die Mitgliedschaft ist simpel und einfach. Ein Kunde kann sich bei uns kostenlos registrieren. Das heisst, Sie haben heute die Möglichkeit, Tausende von Menschen da draussen in Zukunft wirklich über ihr Dubli zu informieren und zu sagen, hey, hast du schon mal eine Reise gebucht? Und sagt der andere, ja, logisch, in Zukunft, in den nächsten paar Monaten können Sie den Kunden fragen, was Sie wollen. Jeder sagt Ihnen, ja klar, du nicht, klar kaufe ich über das Smartphone ein, weil der Trend geht ganz klar darüber, dass die Leute heute in Zukunft vor allem immer mehr eben über das Smartphone einkaufen. Und Dubli ist da logischerweise schon on top dabei und wird dann die Weltneuheit im September dann in Dubai zusätzlich noch zum Fliegen lassen. Und ja, dann ist es nur noch ein Einsaugen der Kunden an, das kann ich nicht mehr sagen. Also, der Kunde hat den Vorteil, er kann sich kostenlos registrieren, dann kriegt er den minimalen Rabatt auf seine Einkäufe bei seinen Lieblingsshops. Er hat aber auch die Möglichkeit, von Anfang an ein VIP zu machen oder ein Upgrade, dann kriegt er für jeden Einkauf zusätzlich 6% on top. Also Beispiel, kostenlos kriegt jetzt bei einem Shop 9%, der VIP genau zum gleichen 15%. Das heisst, für den gleichen Einkauf kriegt er Saga und Schreibe nicht 9%, sondern 15% Geld zurück bei seinem Einkauf. Das Ganze ist sehr transparent aufgebaut, genauso wie auch im Dublin Network. Da muss ich Ihnen wirklich mal klar an dieser Stelle sagen, Dublin hat wirklich hier seine Hausabgaben gemacht. Und bevor ich jetzt ins Dublin Network reingehe, möchte ich nur kurz einen Test machen. Ist der Ton so, okay, machen Sie mir bitte kurz ein Okay im Bereich vom Chat. Nur einen kurzen Bereich, ist das alles okay. Nicht, dass ich hier spreche und nichts kommt. Okay, seid ihr bis jetzt so zufrieden? Ist das okay so für Sie? Das heisst, Sie haben jetzt einfach mal gesehen, was ist der Vorteil vom Kunden? Und das ist ganz, ganz wichtig. kommt der Kunde kostenlos dazu, sagt der Kunde einfach ready go, das passt mir und das ist die halbe Miete. Und ich glaube, jetzt gehen wir einfach mal in den Vertrieb rein. Das, was jeder da draussen in Zukunft machen darf und vor allem auch damit enormes Geld verdienen kann und darf. Und dann als Highlight machen wir dann die Live-Schaltung nach Amerika. Ich hoffe, in Kürze ist der auch bei uns live eingeschaltet. Wie starte ich dieses Unternehmen? Und ich meine, da möchte ich Ihnen einfach klar etwas an die Hand geben. Ich bin ursprünglich gelernter Augenoptiker, habe zwei Augenoptik-Geschäfte aufgebaut. Ein Optik-Geschäft kostet roundabout zwischen 250 bis knapp 500.000 Schweizer Franken. Bevor Sie das nicht investiert haben, brauchen Sie auch nicht auf Kunden zu warten. Das heisst, man hat eine Investition zu tätigen. Und da werde ich immer wieder gefragt, auf Facebook, auf Skype, auf allen möglichen Portalen, muss ich denn dieses Invest alle Jahre tätigen? Nein, müssen Sie nicht. Sie haben einmal die Möglichkeit, bei Dubli sich eine Lizenz zu erwerben und sagen, hey, ich brauche das, das gefällt mir, dieses Geschäftsmodell hat Zukunft. Da haben Sie die Möglichkeit, zum einen als Team-Member zu starten oder als BPA. Ich erkläre Ihnen, was der Unterschied ist. Der Team-Member kriegt schon mal fünf VIP-Mitgliedschaften. Das heisst, fünfmal 99 Euro eine Mitgliedschaft als VIP kostet im Jahr 99 Euro. Dann hat er das und kann das verteilen oder verkaufen, somit ist der Return of Invest schon wieder da. Derjenige, der sagt, Moment, ich kenne aber Firmen, Vereine, Fussballvereine, Eishockey-Vereine, ich kenne Non-Profit-Organisationen, ich will zusätzlich sogenannte Partnerprogramme verkaufen. Das ist ja etwas total Neues bei Dubli und kommt richtig gut an. Die brauchen eine spezielle Schulung und eine Akademie, was Dubli Ihnen zur Verfügung stellt. Achtung, ich kann Sie beruhigen, die Akademie ist zum einen machbar, zum anderen total online. Sie gehen da wirklich die Schulung durch mit gewissen Videos und können dann eine Schulung absolvieren. Und wenn Sie die bestanden haben, das ist noch interessant, Dubli gibt dann immer an, 95% war okay, Sie haben bestanden, also wenn Sie dann 50-50 haben, glaube ich, dann müssten Sie sie nochmal machen, aber es ist also machbar. Wenn Sie das machen, haben Sie einmalig einen Invest von 2475 Euro, in diesem Fall kriegen logischerweise viel mehr Mitgliedschaften, das heisst, Sie haben viel mehr Möglichkeiten, den Kunden da draussen zu gewinnen und zu sagen, hey, ich gebe dir gerade ein VIP, das habe ich gesehen und Sie haben die Zertifizierung, dass Sie eben Dubli Partnerprogramm Verkäufer sein dürfen. Das hat den Vorteil, dass Sie zusätzlich an viel mehr Kunden kommen. Ich möchte aber alle da draussen wirklich auch beruhigen und sagen, egal wie Sie einsteigen, Sie haben auch die Möglichkeit ein Upgrade zu machen und das tut mich einfach wichtig. Sie sollen die Möglichkeit haben, simpel und einfach bei Dubli zu starten, im machbaren Bereich und dann dementsprechend mit dem Wachstum eben auch zu steigen. Das Return of Invest, das total risikolose Unternehmen, muss ich wirklich mal an der Stelle klar und deutlich erwähnen, egal wie Sie einsteigen, Sie haben hier sensationell schnell diesen Return of Invest drin, das heisst, ab dann verdienen Sie richtig gutes Geld mit Dubli und das haben auch schon viele Hunderte von Leuten in den letzten Wochen, wie aber auch Monaten festgestellt, dass eben bei Dubli wirklich ganz ganz schnell eben auch ein Erlebnis, ein positives Erlebnis auch im Invest oder sprich auch im Einkommen hier wirklich möglich ist. Dann Dubli Network hat für alle Vertriebspartner da draussen, das kriegen Sie heute, ein personalisiertes Backoffice und ich sage Ihnen eines dieses Backoffice hat wirklich alles drin, alles definitiv und vor allem Vorteile, die wirklich schon fast einzigartig sind und Sie sehen dort Real-Time Ihre Einnahmen, Sie sehen den Wachstum, Sie haben alle Akademien drin, Sie werden geschult im Vertrieb, Sie werden geschult, wie man Partnerprogramme verkauft, Sie werden geschult, wie Sie zum Beispiel Kundenpflege machen, also es ist wirklich ein sensationelles Backoffice, was Sie dann jetzt gerade in Kürze natürlich bekommen und auch erleben dürfen. Die Einkommensarten sind mir ganz, ganz wichtig, dass Sie das verstehen. Zum einen verdienen wir sehr gutes Geld an unseren direkten Kunden, das heisst 25% kriegen wir auf die Free-Mitgliedschaftsgebühren ihrer persönlichen Kunde, das heisst ein Leben lang, wenn der Kunde etwas einkauft, kann ich hier mir ein weltweites, passives Einkommen generieren. Circa 5% auf die Cashbacks Free von Mitgliedschaften in der Organisation, ihrer Organisation, das heisst auch hier wieder, Kunde empfiehlt Kunde, Kunde empfiehlt Kunde, dann 10% Faststartbonus auf jeden neuen persönlichen BA, also Beispiel, Sie sponsern mich, dann kriegen Sie schon mal 10%, haben Sie gleich zwei solche gesponsert, dann kriegen Sie noch zusätzlich eben 10% Cyclebonus, das heisst, sehen Sie da gerade unten in die unendliche Tiefe und genau das, meine Damen und Herren, macht dieses Geschäft Solukratie. Da gibt es Leute da draussen, die haben mich vor drei Wochen kontaktiert, haben zwei Wochen jetzt oder drei Wochen eben schon geschlafen und wollen morgen mit mir das finale Gespräch haben. Ich sage Ihnen nur eins, diese Leute haben mindestens 2.500 bis 3.000 Euro schon verloren, allein in dieser kurzen Zeit, weil eben diese Positionierung und jetzt komme ich da ein bisschen ins Eingemachte, das ist ganz, 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 ganz wichtig und dann haben Sie Matching-Bonus und damit Sie hier gestartet sein können, müssen Sie zum einen eine ID-Nummer haben und zum anderen müssen Sie natürlich in die Aktivität kommen. Ich zeige Ihnen ein Einkommensbeispiel von persönlichen Kunden. Haben Sie 100 Kunden, dann haben Sie 500 Euro pro Monat. Haben Sie 500 Kunden, haben Sie 2.500 pro Monat. Haben Sie 1.000 Kunden, haben Sie roundabout 5.000 pro Monat. Jetzt gibt es doch Leute da draussen, die sagen, ja, ich kenne eine Firma, die haben 20.000 Endkunden, dann kann es ja gut sein, dass 2.000 oder 3.000 Kunden bei mir bleiben. Da habe ich gesagt, ja, genau, das ist Dubli. Oh, aber geht es so schnell? Dann gibt es Leute, die da draussen irgendwo in Vereinen drinnen sind oder zwischendurch mal an eine Messe gehen. Alleine eine Messe gibt denen 1.000 bis 2.000 neue Kunden und auf dem kriegen die in Zukunft ihr Geld. Also nur, dass Sie sehen, alleine das Kundengeschäft ist bei Dubli hoch lukrativ. Und jetzt zeige ich Ihnen das Organisationskundengeschäft. Das heisst, Sie haben eine Organisation, die haben auch ihre Kunden und an dem partizipieren sie nochmal obendrauf. Das heisst, Sie haben ihr eigenes Kundengeschäft. Dort können Sie 5.000 oder 20.000 in Zukunft verdienen. Dann haben Sie ein Organisationskundengeschäft, das wiederum abhängig sein kann, auch mit den Partnerprogrammen, die laufen und da verdienen Sie auch daran. Und dann zeige ich Ihnen gleich die nächste Einnahmequelle, nämlich den Faststart-Tonus. Und das ist in meinen Augen das verrückteste, schrägste, was ich in den 24 Jahren Vertrieb jemals gesehen habe, gespürt habe und vor allem, und das finde ich eben das Wichtige, erlebt habe. Und das finde ich eben wichtig. Das heißt, in dem Moment, wo Sie nur zwei Partner eingeschrieben haben, verdienen Sie an all diesen Umsätzen oder sprich auch an all diesen Bonis, die ich Ihnen hier gezeigt habe, verdienen Sie in Zukunft lebenslang, realtime, täglich und mit wöchentlicher Auszahlung immer daran mit. Und ich meine, es ist so schräg und so verrückt, weil auch da habe ich Ihnen ganz klare Beispiele. Allein diese Fast-Star-Bonus verdienen Sie 10% an Ihren direkten gesponserten Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern. Das heisst, wenn Sie jemanden einschreiben, zum Beispiel mit dem grossen Paket BPA, mit der grossen Lizenz, dann kriegen Sie 247,50. Schreiben Sie einen Team-Member ein, dann verdienen Sie 49,50. Achtung, kann nicht die grosse Welt sein, aber jetzt passiert Folgendes, Sie kriegen zusätzlich 10% obendrauf, wenn Sie einen linken und einen rechten eingeschrieben haben. Das heisst, Sie kriegen jetzt hier schon fast Doppeltgeld und jetzt passiert nämlich Folgendes, in dem Moment, wo die Duplikation losgeht, und das können Sie nicht mehr stoppen, verdienen Sie jetzt in diesem Fall zweimal ein Cycle an 10%, an den Leuten, wo Sie selber definitiv nicht gebracht haben. Und es geht noch weiter, Sie kriegen zusätzlich diesen Cycle-Bonus im Bereich vom Spillower, das heisst, wenn ich arbeite, ich kann die Leute nur links oder rechts einbauen, das heisst, wenn Sie in meiner Linie drin sind, dann kriegen Sie logischerweise die Leute runtergeschrieben und dementsprechend verdienen Sie an diesen Provisionen eben gleich noch mit und haben hier auch wieder die Cycle. Also was ich Ihnen damit zeigen will, es ist eine reine und das ist jetzt mal das Schöne an diesem, derjenige, der die Information hat, der die Entscheidung trifft, der soll in Zukunft auch das Geld verdienen. Es ist eine ganz klare schweizerische Logik da drinnen, Entschuldigung, wenn ich das so sage, und der Ähnere, der Schnellere macht hier wirklich das Geschäft. Und das finde ich ins Unendliche reingesehen mit dem 10% Cycle-Bonus richtig stabil, richtig spaßig, vor allem Ihr Kunde in Zukunft kauft einmal im Jahr einen 99er Voucher und das nicht jeden Monat, sondern einmal im Jahr. Der Kunde hat Vorteile da draußen, also bleibt er bei Ihnen. In dem Moment, wo der Voucher auslösen würde, also ablaufen würde, so sagt man bei uns, kann der Kunde das wieder upgraden und was passiert bei Ihnen, Sie kriegen schon wieder Geld, nur alleine mit dem Voucher, zusätzlich natürlich mit den Einkäufen, die hier getätigt werden. Und dieses Einkommensbeispiel, meine Damen und Herren, zeige ich Ihnen auch hier gerne, ist es einfach da draußen, eine Struktur zu haben, von 15 Kunden, sprich 15 Partnerinnen und Partnern. Und ich meine, diese Überlegung muss ich wirklich Ihnen überlassen, ob das für Sie einfach ist oder nicht einfach ist, wenn es für Sie einfach ist, dann ist es so, wenn Sie der Meinung sind, das ist extrem schwer, mit 15 Menschen zu arbeiten in den nächsten 6-7 Monaten oder 10 Jahren, dann können Sie sich im Grunde jetzt ausklinken aus dem Webinar, weil dann ist Network Marketing wirklich nichts für Sie. Fakt ist, wenn Sie zwei Leute aufgebaut haben, mit denen arbeiten, dann haben Sie in den ersten paar Wochen Ihr Team von 15-20 Leute beieinander und sehen Sie alleine mit dem Cycles Bonus, was das pro Woche für Sie heisst an Einkommen, was das heisst pro Monat und ich meine, mein Sprecher, der jetzt dann noch kommt aus Amerika, der kann ein Lied singen, was er gerade mit Dubli da verdient, international, das hat angefangen wirklich mit einer Grundsatzentscheidung, will ich Dubli machen, dann hat er losgelassen und dann ging die Nummer richtig los und ich glaube, das ist jetzt wirklich etwas, wo jeder kann. Wir werden hier Top-Führungsleute haben bei Dubli im Network Marketing, die natürlich schnell, solid, fünf, sechs stellig verdienen werden, das ist ganz, ganz klar, auch die Leute, die jetzt heute hier zuhören, das sind die Leute der Zukunft, weil sie die Möglichkeit eben auch haben, die Dubli Partnerprogramme weiterzugeben und dementsprechend an diesen Umsätzen, wie aber auch an den verschiedenen Programmen, die da draussen sind, ob das das Willenprogramm, was ja auch nicht ganz schlecht ist, auf dem Grand kein Mann, da kriegen sie ein Grundstück plus ein Haus obendrauf, als Senior Vice Präsident plus, also es ist verrückt, was Dubli hier macht, aber ich denke, wir starten jetzt zuerst mal gemeinsam und gehen in die richtige Richtung und dementsprechend sollten sie nach dem Webinar, sollten sie logischerweise mal mit dem Partner oder mit der Partnerin den Kontakt aufnehmen, dann entscheiden, ob sie mit Team-Member starten wollen, entscheiden, wann sie ihr Team aufbauen wollen, ob noch in diesem Jahr oder im nächsten Jahr, das überlasse ich Ihnen, ich empfehle Ihnen in diesem Monat, sie werden hier gerade begleitet, natürlich auch mit einem sensationellen Tool, nämlich dieses DRC24, ein vollautomatisch generierendes Kontaktsystem auf der Kundenseite, wie aber auch der Vertriebsseite, mit automatisierten Webinaren, also jetzt nicht so, wie in diesem Fall, wo das live gesprochen ist, sondern total vollautomatisiert, das ist sensationell und auch da wiederum, für diejenigen, die nie ein Webinar sprechen würden, haben wir eine Lösung, also auch da ein Highlight, was in meinen Augen sensationell ist und ich glaube auch, die ein oder anderen wissen, von was ich hier spreche, weil Dubli hat das ganze Hotel Atlantik, Entschuldigung, auf den Palmen in Dubai für den Event im September gemietet, dort können roundabout 1500, knapp 2000 Betten sind, also wir kriegen dort dreieinhalb bis viertausend Leute rein und wir werden noch einige andere Hotels, das heisst, wir werden an diesem Event roundabout 10 bis 12.000 verstrahlte, total abgespacede Amerikaner, Inder, Schweizer, Deutsche, Spanier, Italiener, Lichtensteiner, ja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts für, Deutsche, Österreicher, Serben, alles werden wir dort dabei haben und ich meine, es ist ja der Run jetzt schon, es sind ja nur noch vier Monate und ich weiss, dass einige Leute heute hier drin sind und sagen, hey, in vier Monaten ist Dubai, da will ich dabei sein, allein mit den Provisionen hole ich mir hier ja schon die Reise, plus es gibt Leute, die werden bis auf diesen Event den Weisspräsident holen und das freue ich mich, also wirklich, da muss ich Ihnen wirklich sagen, da freue ich mich extrem drauf, weil es einfach heute möglich ist und das wünsche ich Ihnen auch und ich versuche jetzt wirklich mit aller Genauigkeit da kurz mal ein Sprecher einzubauen und zwar nämlich gerade hier aus der Schweiz, jetzt musst du mir wirklich gleich mal helfen, da haben wir einmal hier haben wir und dann haben wir jetzt muss ich noch schnell Amerika reinnehmen wir haben jetzt mal den Christian drin und dann müssen wir den Amerika dann müssen wir den zweiten Christian reinnehmen aus Amerika mal schnell schauen kleinen Moment ich sehe den hier so nicht ich weiß nicht unter welchem Namen Christian kannst du mir mal bitte sagen unter welchem Namen und ich würde dir gerne das Wort gleich abgeben wo ich den Christian Hörnickel jetzt gerade unter diesen Leuten hier finde kannst du mir da bitte kurz helfen ich übergebe das gerade an dich Christian Jouvet danke dass du auch die Übersetzung dann wahrnimmst jetzt hier das ist jetzt wichtig danke okay let's try that now can you guys you guys see and hear me okay all right good deal so I didn't I don't know if anybody can understand me but I couldn't quite understand my introduction either it sounded energetic thank you but where where would where would you like to start hang on hello okay I think what I'll do since I'm having trouble here am I going to have a translator do I have to click this button be able to hear me so okay okay now you should be okay I'm not sure if this is working as it's supposed to but in case it is I'm going to start with what brought me to doodly a little bit of my little bit of my background I can't figure out how to get it on my other camera either but my name is Christian Haneke I live in the United States and in Florida and I heard about doodly in August of last year and I wasn't looking for anything I wasn't looking for a business I wasn't looking for an opportunity but I okay I'm getting comments that say that they can hear and see me so I'm gonna just keep going here I wasn't looking for anything but a friend of mine insisted that I look at this and I was busy I was doing very well with my other stuff that I was doing but when I looked at doobly it was just so simple and so for me it was so compelling the idea that we could market a product or service where the objective was just to get people money back get people cash back on money they're gonna spend anyway I thought man this is just too easy this is brilliant who wouldn't want who wouldn't want to be a part of this who wouldn't want to be a customer so I saw the opportunity and I I carved out some time and I got to work and it's funny I didn't understand the compensation plan I still don't I don't understand the compensation plan at all it's not necessarily because it's complicated it's just because I don't get that kind of stuff but I saw this this idea this way to refer people to a service that made a lot of sense there's no downside and my understanding is that doobly was going to compensate me pretty well for this this work this marketing so I dove in and let me make sure I'm not missing messages I need to see here oh okay let me click on the button hear me also er hat sich vorgestellt er heißt Christian Hennicke er wohnt in den USA und hat doobly letzten August kennengelernt er hat eigentlich gar nichts gesucht er hat kein Business gesucht aber ein Freund hat wirklich darauf bestanden es ihm zu zeigen und er war gleich davon beeindruckt weil das Prinzip halt einfach so simple ist und er hat sich gedacht wer möchte da nicht mitmachen das Prinzip ist einfach es bringt dem Endkunden Geld wer möchte das nicht und es ist wirklich einfach und auch ohne den Businessplan zu verstehen er sagt er hat den Businessplan heute nicht verstanden aber man kann sehen welchen Erfolg er trotzdem damit hat okay thank you up to you Mr. Hennicke okay we're getting this figured out thanks for your patience everybody and I figured out my camera too so I got started and I kept it really simple I I couldn't help myself I I loved what I saw so much that I wanted to tell all my friends I had I've been a business owner for about 19 years so I had a lot of business contacts that I could tell right away and I quickly worked through my contacts and then I started working on spreading the word about Dibli on the internet how often I should take breaks and let the translator keep up okay thank you also er sagte er fand das Prinzip einfach toll dass es für ihn wirklich ein Drang war mit all seinen Freunden darüber zu reden er hatte davor seine eigene Gesellschaft 19 Jahre lang aber Dibli war wirklich ein Muss für ihm er musste darüber reden er war so davon begeistert please go ahead Mr. Hennecke okay here we go so it was just it was a really really wild time what I found is that a lot of the people that I connected with also caught the vision wanted to work with Dibli and within just a few months I had made more money with Dibli than I've ever made with anything else customers were coming in all the time at this point I'm getting paid on almost 100,000 customers from Dibli it has just been a really really amazing experience and a really amazing amazing ride I've learned a lot I've done I've done I've done I've done I've in August who put me off they didn't want to talk to me yet who came back to me later in October November, December and by that time there were thousands of people on my team and in several cases I have friends that I was trying to tell about this in August who waited and missed out on I mean literally hundreds in some cases thousands of people that would have been in their group had they started when I first told them about it so I think a sense of urgency I think timing is really really important of this this will we will get all of the market and it's not going to take us very long you know we those of us that are in Doobly right now it's spreading like crazy so if you're interested I would say get involved right away and not later er meint auch wirklich sie sollten nicht damit warten er sagt zum Beispiel Freunde die er im August angesprochen hat die die haben ihn am Anfang aber dann sind sie zwei, drei Monate im Oktober wieder zu ihm gekommen und wollten da mitmachen und diese Leute in diesen paar Monaten haben hunderttausende Leute verpasst die sie als Kunden hätten haben können das Timing ist wirklich unglaublich wichtig Doobly wird den ganzen Markt haben und das in nicht allzu langer Zeit also wenn sie nicht auch diese Kunden diese hunderttausend Kunden verpassen möchten dann fangen sie jetzt an Timing ist enorm wichtig solange der Markt noch offen ist das Potential besteht dann nicht mehr wenn der ganze Markt schon ausgebaut ist und verrascht wird von Doobly Timing ist extrem wichtig Ja so so don't wait to make a move and then as far as what to do it's really really simple I have seen you know I've been here now seven or eight months and I've seen a lot of people I've seen a lot of people overcomplicate the business and they try to do they overthink it they just get stuck thinking and planning and getting ready to work and what I've found is that the people that the people that kind of take it like I did I was I was just so excited at the simplicity of what we had I felt like you know what I don't need to understand the compensation plan I don't need to have gone to the corporate headquarters and seen things with my own eyes I'm just going to go tell everybody right now about Dubli and one big big tip I would say is a presentation like this let something like this do the work for you let it do the heavy lifting for you in the beginning I didn't really know much about Dubli I was excited about it and all what I focused good at doing was directing traffic so you guys have an outlet like this with support like this get good at inviting somebody to look at this if you focus on that and get good at that there's nothing you can't do in Dubli he said man must the plan the compensation plan not understand and to first to see who the chefs of this company he was motivated he found this principle grandios and he just he just spoke and what he also noch understricht is a part of this work will for you already made you need the people to and to the webinar to and so you can't about this principle about Dubli about this company okay guys so I feel like I want to reiterate or just restate one quick thing this is probably the single biggest thing that I see trip people up lean on the resource that you have the resources that you have a presentation like this should do all of your heavy lifting so simply focus on inviting people to the resources that exist oh yeah I see the slide came up about the event okay let me let you translate Stefan and then I'd love to talk about the event for a minute too if we can so he said man should on the resources konzentrieren the one has this webinar this is something it is and what you can use it and you speak to the people and tell you to see webinar anschauen. Das ist eine großartige Möglichkeit. Dann müssen Sie es selbst nicht erklären. Die Leute schauen einfach das Webinar an, verstehen es und dann können Sie sie einschreiben. Und auf solche Ressourcen kann man sich verlassen. Und jetzt möchte er noch ein paar Worte zu dem Event sagen, das stattfinden wird. Okay, so the event, holy cow, I have never experienced anything in my life like the Dubli event that my wife and I went to last fall in Dubai. I'm so excited that the location for this event, this upcoming event, is at the Atlantis, Dubai. If there is anything you can do, let me restate that. If if you have decided to take this business seriously, no excuse is good enough for you not to be at this event. You must be at this event. This changed mine and my wife's perspective on Dubli dramatically. the scale of the event that they pulled off, the fun that we had, the relationships that we built, the things that we learned. I just I cannot say enough. It was it is something we will talk about for the rest of our lives. that's I mean my wife, my family and I get to travel a lot. You know, thank you Dubli. We get to do a lot of fun stuff. But the Dubli event, I mean, literally it's something we will talk about for the rest of our lives. We have amazing memories, pictures, stuff we came back with from Dubai. Just I could go on and on. I'll let you translate here. nie so etwas erlebt, wie das letzte Dubli-Event in Dubai. Es sei einfach nur großartig und wenn man es ernst meint mit Dubli, dann hat man wirklich null Ausrede, da nicht dabei zu sein. Als er dabei war, hat es seine Sicht der Dinge drastisch geändert. Er hat gelernt, er hatte Spaß, er hat Kontakte mit Dubli geknöpft und das hat wirklich für ihn vieles verändert. Er hatte mit seiner ganzen Familie viel Spaß und das ist etwas, worüber er noch sein Leben lang reden wird. Und er hat dann auch Mühe aufzuhören. Er war wirklich super motiviert und fand das großartig. Also wirklich null Ausrede, da nicht dabei zu sein, wenn man es ernst meint. Stefan, I'm not sure if I'm allowed to talk about how much I've made. I miss the beginning. I don't know if you've made income disclaimers and stuff like that. I saw somebody asking in chat and I can't respond in chat either. But I think I think I'm good at this point. If there's anything anybody would like to ask, I can hang on for just a few more minutes before I got let it go. He opened this up. Okay. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann wäre das der Moment, es in den Chat zu schreiben, sodass er das dann beantworten kann. Er hat jetzt noch ein paar Minuten, um Ihre Fragen zu beantworten, bevor er zu seinem nächsten Termin muss. Also bitte in den Chat schreiben. And first, I want to thank you, Mr. Haneke, for taking time to show us the important points with Dubli and share your success recipes. We know how busy you are and we really appreciate that you took the time to talk with us. Thank you so much. We'll see you in Dubai. Let's see the questions that came up. Somebody asks about how much you earn. Okay. That should be working now. Yeah, almost a million dollars already with Dubli and it's been eight months, I think. Something like that, eight or nine months now. You know, there's a bigger conversation we could have, certainly, but I'm all about simplicity. In a world that is just so noisy, with so much going on all the time, the people that we talk to, our prospects, the people that you're going to share this with, they have a million things going on in their own lives all the time. So what I found is to the point and directing traffic, like I was saying earlier, pointing people to an event like this, it'll save you time and it'll save you from having to explain anything to anybody and it'll let you work faster, you know, and accomplish more faster, build your story faster. Okay. Also, um auf die Frage zu antworten, er hat jetzt seit August, also in sieben bis acht Monaten etwa eine Million Dollar damit verdient. Und einer der Schlüsselpunkte ist, man muss es sich einfach machen. Die Leute, mit denen man redet, denen man Dubli vorstellen möchte, die haben 10.000 Dinge, die in ihrem Leben passieren. Wir haben vieles im Kopf. Es gibt so viele Informationen, die im Alltag auf uns zukommen. Deshalb einfach auf den Punkt kommen, es direkt angehen und es einfach vorstellen. Und die Leute ganz einfach zu den Events einladen, zu den Events, zu den Webinars. Das spart ihnen enorm Zeit und können sie mehr Leute ansprechen und das maximisiert dann wirklich ihre Einkommensmöglichkeiten und macht es ihnen wirklich viel einfacher. All right, I'm looking at the chat here, guys. I've only got about three minutes here before I have to walk out the door to keep an appointment. If anybody has anything else, I'm happy to answer if I can understand the question. I'll have to wrap up here. I've not worked with a translator before. Stefan, this is pretty cool. You guys have a nice, a really nice setup here. I like this. Er wollte auch noch Stefan Hostetler danken für dieses tolle Setup. Er findet es wirklich gut, wie er es gemacht ist, dieses Webinar einfach zu bedienen und wirklich, wirklich praktisch. Also an dieser Stelle danke an dich, Stefan. Okay, I don't see much more questions. Thank you so much, Mr. Haneke, for taking the time. All the best to you and we are to see you in Dubai. Thank you for everything, really. Sounds good. Thanks, you guys. I will look forward to seeing you guys in Dubai. Take care. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen nochmal und danke viel mal, Christian Haneke und danke dir auch, Christian Jouvet. Danke für dieses perfekte Translaten und das Ganze rüberzugeben. Ich glaube, meine Damen und Herren, es hat Ihnen gefallen. Sie haben auch eine klare Marschroute jetzt bekommen und gesehen, was gerade funktioniert bei Dubli und Sie sehen auch, in welche Richtung das es geht. Also es ist möglich und das ist ja das, was wir gerade hier und Sie sehen das auch im Lachen gerade erleben. Ich persönlich freue mich ganz speziell auf nächsten Donnerstag. Da sind wir in Goldau, haben wir ein Live-Meeting und ich zeige Ihnen auch hier gerade den Link. Wenn Michael Hansen dann in die Schweiz kommt für den Gross-Event, können Sie sich da informieren und anmelden. Wir werden dort in der Schweiz in Regensdorf sein am 17. Mai und dann natürlich Vollpower vier Monate lang voll Gas für auf Dubai und ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen gefallen und wir sehen uns nächsten Montag hier live wieder um 19 Uhr und ich werde Ihnen eine Überraschung bringen, wo wahrscheinlich der ein oder andere sagt, es gibt es ja gar nicht. Was machen die da? Und ich glaube, das sind wir euch, das machen wir, weil wir wissen, was die Branche gerade braucht. Ich wünsche Ihnen bei Dubli als optimalen Start wirklich das Maximum. Danke nochmal nach Amerika, danke auch die Mannheim, der auch gerade hier reingekommen ist und zugeschaut hat und danke nochmal an die Familie Juvet. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend, einen optimalen Start. Go Dubli und danke vielmal. Danke schön. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's für heute.